so dann haben wir beide zwei boxen stops da steht einer der fährt ultralangsam wieder so ein typ der ultralangsam fährt wer ist das halber roboter zu dahin mit mehr als er gefunden also entweder sein auto ist irgendwie kaputt oder ich weiß nicht was das ist warum fahren manchmal heute so langsam check das nicht also ich glaube bei denen ist irgendwas kaputt und die fahrern deswegen soll ja da ist ja ich dachte schon da irgendwas muss am auto kaputt sein ja bei denen ist dann irgendwas kaputt aber die haben halt den bug dass die halt dann irgendwie trotzdem nicht an die box waren oder nicht direkt irgendwie so das ist ganz komisch wieviel da bist du jetzt eigentlich kikas das war gefährlich ja aber ich denke die anderen waren ja noch nicht an den box ja wir fahren wieder gut dran halt wir fahren alle noch mal auf jeden fall manche vielleicht zweimal aber ich glaube es wir fahren die meisten halt einmal ja aber ich glaube dass wir deutlich schneller sind als die meisten das ist halt unser vorteil also wir müssen halt das was wir jetzt aufholen das werden wir dann am ende weil einmal muss jeder noch an die box ich will eigentlich innen fahren jawohl sich innen fahren doch gelohnt habe ich gerade schon wieder zwei miniro klar das gibt es doch nicht wieso sind die heute da ich habe ich weiß nicht ich habe die auch irgendwie die ganze zeit ja schon aber ich vergesse auch immer das mit dem dritten bildschirm vergesse einmal die in die einstellung zu gucken dass ich da irgendwas verändere oder ist einer in der box das ist der langsame glaube ich da ist noch einer zwei sind an der box tf das hand hamilton oh lol jetzt habe ich auf die box aber wenn die jetzt schon an die box gehen dann könnte es gut sein dass wir nur zwei box ja also bottas ist nicht an der box aber hamilton also hamilton habe ich gerade überholt rotas 1 ich bin jetzt fast zwei das ist Platz 11 aber normal fahren die bots ja immer oh lol habe ich mich gerade wieder verdrückt normal fahren die bots ja immer diese äh strategie mit den wenigeren stops deswegen wundert mich das halt hatten sie gar keine auswahl für einen stopp strategie weil deren reifen so kaputt waren hm oder gelb ist halt kacke also ich habe auch keine lust auf gelb ja ich auch nicht also ist eigentlich ganz ok dass es so ist jetzt hätte auch theoretisch bestimmt gerade auf gelb wechseln können und hätte dann vielleicht durchfahren können aber gelb hast dann wieder so wenig grip und so oder ja es fährt wieder an der box ich glaube das ist Bottas muss Bottas sein ja ich bin jetzt erster nice ok die waren anscheinend echt an der box Bottas und hamilton komm schon saug dich ran ich hab zwar kein ds aber will die eigentlich beide überholen oh nein oh Gott nein was bitte nicht muss an die box nein ich hatte einen zusammenstoß mit Ricciardo und das hat mein Auto ins ins taumeln gebracht und ich bin in die wall of champions gefahren aber du hast echt voll pech das ist so ätzend war halt gerade echt ein bisschen doof weil vor Ricciardo war noch ein auto und das ist an die box gefahren aber das hat Ricciardo nicht gewusst und ich auch nicht und deswegen waren wir halt irgendwie sind halt alle voll breit gefahren um ihn zu überholen und dann fährt er einfach weg und dadurch bin ich dann auf Ricciardo drauf gefahren ah nicht so schlimm mach ich halt drei Boxenstops ich hoffe dass es nicht so schlimm ist alles drin ich würde da betrauen ja ich eigentlich auch ich hoffe nur dass das Vertrauen mich nicht enttäuscht Hamilton ist jetzt wieder dritter Perez ist zweiter tatsächlich Bottas ist der war dann aber noch nicht an der box Perez war nicht ne der wird wahrscheinlich nicht zwei machen oh du das ist ein Forst India der darf keine Punkte holen Forst India ist er ja ja dann musst du auf Platz 2 kommen glaube ich ich weiß es nicht dann musst du auf Platz 2 ja ich weiß nicht ob Platz 2 noch wer ist denn der zweite Red Bull ich glaube der zweite Red Bull ist jetzt gerade Verstoppen der war irgendwie in diesem Rennen ist er nicht also in der insgesamt werdung weiß ich es nicht aber in diesem Rennen ist es der andere Fahrer ich ja du ah die Kerle ja stimmt aber der müsste gerade Platz 5 oder Platz 6 sein ja ja dann ist das aber das ist dann aber auf jeden Fall vorsehen ja neue schnellste Runde hoi hoi wir glauben dass wir eine gute alternative Strategie haben möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen Versuch jetzt wollen die mir schon wieder eine neue Strategie angehen alles klar ja ich bleib bei meiner alten so was gucken hab ich nochmal lila? ne hab ich nicht schade so muss ich äh nochmal rot fahren irgendwann am Ende nachdem wie lang das hier jetzt zählt ein bisschen doof aber hey du kannst ja auf gelb das ist halt ja lieber nicht so jetzt hab ich 3 Autos vor mir macht jetzt kein Quatsch wievielter? 16. es ist immer so die wollen auch überholen und dann wird die Strecke richtig eng weil ich halt noch viel schneller bin er dreht mich aber es ist nichts passiert hat nur ein bisschen Zeit gekostet zum Glück das wäre echt witzig gewesen das ist so behindert weißt du ich bin hinter zwei Leuten und der hintere hinter dem einen will überholen ich will auch überholen und dann bist du schneller und dann sind es dann 3 die nebeneinander wenn man es wirklich riskiert da darfst du es dann einfach nicht riskieren da darfst du es dann einfach nicht riskieren ok ich fahre mich grad wieder ein bisschen weg von Paris aber wie gesagt der geht wahrscheinlich nur einmal an die Box mein ich muss ja auch nur noch einmal hoffe ich ich kann hier noch ein bisschen mit fett fahren ich will die Bobos jetzt hier überholen boah ich hab ja eigentlich richtig extrem krass das wird geil hoi hoi oh man oh nein es juckt Hilfe aber aber ist schon wieder weg sehr gut da kennst du nichts ne ist einfach rausgeblendet oh lilaner Sektor das ist sehr gut was 10,9 Sekunden zu Platz 12 oh man die waren aber noch nicht alle an der Box ich glaub die waren noch nie an der Box und ich war schon zweimal einfach wiege verrückt dann kann ich auch erstmal ein bisschen schnell fahren habe ich auch jetzt dagegen also du bist jetzt Platz 13 ich bin grad Platz 13 das war aber ok das was du da schon wieder aufgeholt hast ist impressive wir haben ungefähr die Hälfte des Rennens noch nicht ganz aber oh da fahren welche an die Box ja ja die was du gerade überholt hast ein paar davon zumindest ja die machen nur einen Stopp Herr Perez auch oder Hamilton und Bottas haben die einfach jeder irgendwie überholt ich weiß zwar nicht wie aber also Hamilton jetzt 2 Bottas 3 sind auf jeden Fall wieder vor Perez also entweder ist Perez jetzt auch gefahren weil jetzt ist ja ungefähr Hälfte des Rennens und jetzt fahren die anderen auch ich glaub die die was nur einen Stopp machen fahren jetzt ungefähr also entweder ist Perez auch gefahren aber ja bei mir war es ja auch 15,17 für einen Stopp also das kommt gut hin die werden jetzt alle einen Stopp machen ja Hamilton und so werden ja noch 2 mal äh noch einen machen ja das ist ziemlich gut glaube ich ich muss eigentlich auch noch einen machen ja also nicht nur eigentlich sondern ich muss auf jeden Fall noch einen machen aber da ich auf jeden Fall schneller fahre als die oh jetzt sagen sie mir eine alternative Strategie jetzt weil ich hatte bis jetzt ja eigentlich noch gar keine offizielle Strategie für das wie es jetzt weiter geht jetzt mal auf Fett Runde 20 wollen die nee Runde 20 ist mir zu früh stellen wir mal auf Fett hier und fahren nochmal hier die überrunden da überrunden tun ich freue dass ich in Runde 20 schon auf Rot wechsle ich weiß dass ich mit Rot dann durchfahren kann schon klar aber Lila ist ja viel geiler ich habe jetzt 12% 12% ja ich will so wenig Lila äh so wenig Rot fahren wie möglich weil Lila ist ja einfach geiler ja ich muss aber nochmal auf Rot wechseln weil ich bin bisher nur 2 mal Lila gefahren ja ich hab schon ich hab schon auf den hinteren beiden schon über 20 vorderen gehen aber hinten ist bei mir krass oh ich hab offensichtlich einen in der Box überholt ich bin 11 da grad äh wehrlein überrundet also Platz 16 ja jetzt sehr vorsichtig mit dem auf dem Gas geht weil ich mich nicht drehen will das ist gut bin ich dafür bin ich auch dafür so da vorne sind die Punkte boys das hört sich gut an ich muss jetzt nur langsam und ruhig überholen wie wir das immer und immer wieder sagen Boxenstopfenster ist offen that's the plan Boxenstopfenster offen ich will aber auch nicht bei 20 auf Rot hallo was wollt ihr denn von mir echt voll früh ja ich gehe äh es ist Boxenstopfenster 19 bis 24 vielleicht 22 oder so werde ich gehen dass ich dir nicht in die Quelle kommen und weil meine hinteren Reifen ja doch schon Abnutzung haben ich werde auf jeden Fall nach die an die Box mhm so nächste Runde werde ich einige über Ruhmanöver wieder haben wenn die jetzt nicht alle an die Box gehen ich muss das einfach sicher machen dann passt das schon nicht reinhasseln nicht reinhasseln er sagt ich muss diese Runde ich muss gar nix ich fahr noch drei Runden okay nix gar nicht so viel nichts da Boxenstopfenster ja ne sehen wir einfach beide gar nicht ein die Box kann uns nix wir ignorieren Ferrari vollkott so läuft es heutzutage ja Alter so heißt die Folge wir boykottieren Ferrari uh da hatte ich grad wieder ein Leck einen sogenannten Leck krass einen sogenannten Leck wow hier sitzen auch die Fans mit Spanien Flaggen und Zeug richtig geil soll hier mit Deutschland Flaggen für uns beide sitzen Alter mit Spanien wär ganz nice so schon den nächsten den ich hier überrunden kann Hülkenberg Platz 14 na komm mach mir Platz Dankeschön was ist deine Bestzeit 1 16 6 okay meine ist 1 17 4 oh shit oh shit scheiße nein hör doch auf okay alles klar was machst du denn hast du roten Vorflüge ja aber das macht ja keinen extra Wurzelstoff ich bin jetzt nur in dieser Runde ein bisschen langsam ganz gut fährst du in dieser Runde an die Box ja ja ich war in dir so okay dann muss ich nächste gehen weil ich bin fast hinter dir pass doch mal ein bisschen auf Mensch wow das war bei mir jetzt gerade auch ein bisschen knapp ich bin ein bisschen gerutscht seit ich gerade hinter mir seit ich gerade hinter mir hinter mir hinter dir ist ein anderer aber ich bin auch fast hinter dir du bist jetzt in der Kurve und ich komme genau jetzt in die Kurve hab sie aber ultra schlecht genommen okay meine ach kacke die Reifen sind jetzt schon crazy war der erste persönliche Fehler gerade in diesem Rennen erste kacke gemacht ich überrunde dich jetzt in der Box ja das ist okay und dann muss ich jetzt auch weil ich hab jetzt auf einem Reifen fast 40 den anderen halt voll es geht voll in Ordnung 19, 26, 34 und halt 39 ich weiß nicht aber es geht auch noch also es ist alles tipptopp ich verrutsche gerade ein bisschen hab fast keinen Grip mehr aber solange sie noch fahren bleiben sie noch drauf Airline hi jetzt bist du wieder bei dem Typen na ich bin wieder bei 17 nee Platz 14 der ist echt der hat aufgeholt der war vorhin 16 Alter jo Hamilton war in der Box hat sich rot geholt Bottas wird dann nächste gehen und ich geh jetzt auch gleich der Airline hat sich teleportiert was soll das denn was ist denn heute hier für ein Problem da boah was du musst echt du musst echt richtig aufholen ich seh hier Platz 11 grad ich bin kurz vor Start Ziel also ich fahre genau jetzt an die Box und Platz 11 war grad vor mir da vorne müssten eigentlich auch nochmal welche an die Box ja ich seh jetzt gerade fahren vor mir zwei Leute ich bin ich bin das ist ja die normale mehr oder weniger normale Taktik die ich jetzt gerade bei dem Boxenstopp gemacht hab außer dass ich halt ein bisschen früh und ich hatte halt die paar Sekunden die ich verschwindet hab dadurch dass ich halt kurz stand aber ansonsten hab ich eigentlich mega krass viel verloren damit haben wir unsere Strategie jetzt hast du mich wieder zurück über Runde jawoll ja noch nicht ich komm dir jetzt ein bisschen ja du kannst wegfahren tschüss so Hauptsache du hältst mich nicht auf aber du kannst die anderen gerne aufweiten ich muss jetzt gucken dass ich stimmt das kann ich ja machen ich muss gucken dass ich die roten Reifen jetzt erstmal einfahre weil jetzt tue ich mich nur ein bisschen langsamer aber jawoo ähh Bottas war jetzt auch in der Box also die waren beide ähh ich bin gerade ein bisschen schneller als du willst du vorbei? ok ja ja wie gesagt ich muss die roten Reifen einfahren ich bin noch ein bisschen rutschig auf der Strecke gegangen wetten wir verbauerns jetzt? hoffentlich nicht da hast du die Kurve ein bisschen kacke genommen ich nehm die Kurve da irgendwie immer kacke ich hab die nur jetzt die letzten paar Male kacke genommen weil ich da zu wenig Grip hatte wegen den hohen Reifenabnutzungen ich komm da immer total weit raus ich glaub ich brems zu spät wär so ne Idee nur da hab ich natürlich doofe blaue Flagge irgendwie musst du doch nochmal überholen hab ich das Gefühl hast du die blaue Flagge ja das ist nicht geil ich tue grad die ganze Zeit kreist bis das Ding weg gehen das kommt immer wieder hast du immer noch? ja ja dann muss ich bremsen bisschen wie viel Abstand hast du noch hinten? ja jetzt hab ich grad Platz gemacht ach zu dir äh zu dem 2 äh 25 ja ah ok die hat's ein bisschen Platz gelassen gut aber ich bin eh gleich wieder da ich müsste halt echt vorbei und die anderen wieder aufhalten mein dafür hab ich nicht ganz so viel Zeitabstand aber da ah ich hab hier grad einen lila Sektor gefahren ich glaub ich mach das auch so ganz gut oh ich hab die Kurve mal gut genommen da vorne seh ich wirklich relativ viele vorne sind Autos sind da Autos krass der wieviel bist du eigentlich? vierzehnter ne? dreizehnter ich hab grad nicht gesehen nicht darauf geachtet ja ähm ja mal gucken ob das jetzt so bleibt ich würde natürlich oh alter alter amazing ich würde natürlich hier gerne Erster bleiben und ich würde natürlich gerne dass du hier auch mal aufs Podest mit kommst Platz 3 ziemlich schwierig noch aber ist nicht unmöglich erstmal Punkte ja ja klar das ist das ist das Ziel ok die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 25,0 Sekunden da überholst du den ersten vielleicht da zieht er rein ui da gibt es das Battle und du bleibst hinter ihm muss ich zurück gehen ja blaue Flagge ich bin in den rein gefahren scheiß hast du das Auto gemacht gemacht? ne das war voll knapp ich hab so hart gebremst da hätte ich noch ein bisschen mehr gebremst wenn mein Auto jetzt echt krach holt da ist gar nichts passiert aber ich bin leicht drauf gefahren weil er halt in der Kurve ein bisschen abgewürmst hat hast du blaue Flagge? ja scheiße man das ist so ätzend ich kann dich nicht so leicht überholen 5 Sekunden alter im Ernst es ist so hässlich es tut mir so leih ich hab vorhin den Abstand gelassen jetzt kam ich wieder nah ran ja durch das Überholung weil das die Zeit gekostet ich muss dich überholen weil das macht keinen Sinn sondern fahr nochmal weiter ganz normal und beim nächsten Überholmer nur wirst du wieder langsamer da muss ich dich dann mit überholen es macht halt so keinen Sinn weil du bist halt genauso schnell wie ich stop and go kannst du in der Box absitzen musst du aber nicht kannst du ja auch drauf rechnen lassen ja aber ist halt auch irgendwie dann doof musst du dir die Zeit weg fahren ja aber ist halt besser als in der Box doch ja du hältst mich halt eigentlich gar nicht auf das ist so lächerlich dass man dafür Staphy bekommt sag mir wenn du wieder hast weil grad bist du auch wieder ein lila Sektor da bist du ein Stückchen weiter ich hab drei Autos gerade vor mir ich weiß wie er klingt er dir aber äh sag wenn du wieder irgendwie Blauflager hast aber wie gesagt grad bist du ein bisschen weiter entfernen wieder lila Sektor und Magnussen wow den hat er sich gesnackt den hab ich kassiert da vorne sind die Punkte ja mit meiner 5 Sekunden Strafe dank mir ja gut die fahr ich aber noch raus ich bin so sorry ne ist der lila Sektor und jetzt muss ich wieder auf Standard stellen keine neue Best Size oh nein das ist disqualifiziert ja das war genau die Stelle ja ich weiß aber jetzt bist du vorbei ne klar ja perfekt das war geplant das war geplant ja oh shit man ich hätte eigentlich ganz gut gebremst ich weiß gar nicht genau warum es jetzt dazu gekommen ist dass ich mich da gedreht hab aber es war halt genauso wie im Qualifying ok du musst in die Punkte jetzt dann hast du grad wieder gelegt alter aber bestimmt grad auch ein Lag ist ja ja klar hier direkt vor mir sind die Punkte die du dir holen musst bin dabei das ist prima la 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 alles geil hätte halt einfach so gut Podium sein können einfach von den Zeiten hätte eigentlich schon ja das war so gut eigentlich man meine grad gedreht und ich habe mir was kaputt gegangen und so ist alles ja immer kein Problem war ja schnell genug aber ja muss ich früher auf die Bremse man kurve kurve das ist echt nicht geil an die box muss keiner mehr außer es baut jemand einen Unfall zweifle ich aber eher ja 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 kannst du ja die Leute da aufhalten bist du schon bei den Punkten da ja ich bin schon vorbei die immer auf der geraden überrollen sonst hätte ich die in den Kurven kann ich die richtig gut aufhalten dass ich halt da stärker abbremmen soll ich bin jetzt an Platz 9 vorhin vorbei ich bin jetzt direkt hinter Platz 8 quasi wenn ich den in der Kurve kriegen würde kann ich ihn halt echt super aufhalten aber wenn man nicht in der Kurve kriegt dann ja einfach kurz einen Brake Test dass sie an den Box fahren müssen ich oder was ne also du steigst einfach wenn du sie überholt sie steigst einmal kurz auf die Bremse also die fahren hier durch den Frontflug kaputt und zack das meine ich eigentlich ja den einen habe ich in der Kurve so ein bisschen aber ich ja ich kann halt nicht jetzt so so einen krassen Abstand habe ich jetzt leider nicht wie damals ne ich mach das auch so da sind sie ja alle in der Kurve wo du raus bist da sind sie alle ich glaube ich hole mir die schnellste Runde wieder zurück das tut mir auch leider das tut aber ne 0,02 Sekunden langsamer langsamer sag mir auf jeden Fall wenn du an dem Punkt vorbei willst das will ich wissen ja das will ich auch wissen aber noch ist es nicht soweit du kannst ja auch Fett stehen du kannst ja eine Runde in minus ne stimmt gut dass du es sagst kein Problem leute leute aber auch ich habe eine Runde weniger zum überholen ich weiß das ist das gibt es doch jetzt nicht safety car halt die Fresse was ne aber nur virtuelle was heißt das aber virtuelle ist es du hast nur ein Tempolimit und das geht an relativ schnell vorbei Ja, hier seh ich's Oh, aber da verliert man so viel Zeit Irgendwie hab ich das Gefühl Virtuelles Safety Car Find ich Ja, dann kann ich dir aber auch fallen Wenn ich ultra langsam fahr Stimmt Warte mal, ich mach das jetzt mal Ich fahr mal ultra langsam Weil ich bin ja dann im grünen Bereich So, Renntempo wieder Aber ich hab die hier direkt hinter mir Und bremst nochmal richtig hart Also ich hab sie jetzt nochmal aufgehalten Zwei Leute hier direkt hinter mir Die ich grad aufgehalten hab Ich hab echt richtig hart nochmal gebremst Und dadurch natürlich Abstand vielleicht verloren Aber ich hab jetzt nur noch vier Runden Ich bremst nochmal ultra krass ab Komm, 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 komm Ich bremst die ultra aus gerade Guck mal Ja, ich seh's Nein, jetzt will er vorbeiziehen Jetzt zieh vorbei Was macht er denn? Was ist das denn für ein Bitkug? Kannst jetzt wieder ganz normal schnell fahren Also ich in der Kurse Muss sogar ganz Kann ich nochmal hier so Jetzt muss ich wieder Nee, fahr, 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 fahr Mach ich ja, jetzt bin ich ganz normal wieder Perfekt, ich bin Platz 9 Einen müsstest du auch noch kriegen, oder? Oder zwei sind nur Zwei, glaube ich, ja Ach, Leute Perfekt, das ist sogar ein Force India Das sind die Taktiken wieder hier Aber ich hab jetzt natürlich Abstand verloren Ungefähr zwölf Sekunden Oder 15 sogar Ach, das packst du Aber ja, doch Hamilton hat, glaube ich, noch 20 Sekunden Abstand zu mir Ja, da vorne aber, glaube ich, irgendwas mit 37, 35 Also wir mal ein bisschen von deinem Abstand abgeben Für meine Stop and Go Strafe Stimmt, die musst du dir auch noch wegfahren Oh, shit Also den jetzt überholen, dann wegfahren Ja Da hab ich immer in einen Force India geknackt Wer ist jetzt noch vor dir? Von Welcher Platz? So, jetzt Äh, ich bin jetzt Platz 7 Okay, wegfahren, wegfahren Ich hab alle überholt Ja Achte auf deinen Benzin Bin dabei Wie gesagt, es hätte klappen können wieder auf der Strecke Ja Dass wir beide auf dem Podest stehen Hat immer bei einem ein bisschen mehr Unglück mit dabei als beim anderen Ja, das stimmt Und Astrein, das Rennen konnte auch keiner von uns fahren Ja, auch bei Russland Russland bei mir, so richtig Das war so unglücklich Das ist unglaublich Und solche Sachen kriegst halt du auch immer Das ist voll krass Bei einem passiert halt immer was Ich meine Runde gehört aber immer noch dir Ich glaube, die bleibt auch bei dir Ich meine, ich fahre jetzt wieder komplett normal Aber Im ersten Sektor fahre ich ganz gut Aber danach Leute, da habe ich wieder ein bisschen Helfen können Das finde ich ja immer ganz nice Die Taktik fand ich ja damals schon richtig cool Als wir die zum ersten Mal gemacht haben Dadurch bist du jetzt Siebter geworden Ja, da wurde auch noch nichts Negatives zu in den Kommentare geschrieben Eigentlich glaube ich sogar Positives Irgendwie Ich glaube, ich habe gelesen irgendwas Entweder bei mir oder bei dir Voll cool Irgendwie Oder von dir mag, dass du Jan Punkte geschenkt hast Oder so Habe ich glaube ich irgendwo gewesen Nice Taktik Ja, ist auf jeden Fall nice Schade, dass es echt nur in Anführungszeichen für Platz 7 gereicht hat Wäre mehr drin gewesen Noch hat es noch nicht gereicht Ich habe drei Sekunden jetzt auf Ocon Ja, aber ist klar Noch bin ich nicht vorheben Ja, aber ist klar Du musst aufpassen Zwei Sekunden noch Zwei Sekunden sollte ich eigentlich schaffen Wenn ich mal in dieser 180 Grad kurve noch ein bisschen Oh, da hat er sie gecashed Ja Und zwar richtig krass sogar noch Echt? Was war deine? 16,2 Ja So, ich bin in 34 Ich bin in 34 Und der 34 bin ich Da ist diese und noch eine Ja doch, Platz 6 ist 16 Sekunden vor mir Das wird nichts Ich kann ihn halt aufhalten Ne, kann ich nicht Es ist nicht Platz 16 Fuck, es ist nicht Platz 16 Es ist Platz 18 Das war ein Opfer, Alter Der war Der hat aber auch nichts gebracht Meinst du nicht? Weil Ja, fünf Sekunden muss ich noch rausfahren Ah ja, stimmt Die fünf Sekunden, ja Und wenn du ihn doch noch so lange aufgehalten hättest Dass ich an dir vorbeikomme Hätte ich wieder Benzinprobleme An mir vorbei Dann würde ich letzter werden Ja, wenn du den Alter Ja, aber Dann komm nur mal hier mit wenig Benzin Nur mal die letzte Ich hab auch fettgestellt noch Bin bei plus 0,7 Bin bei minus 0,7 Jetzt Platz 18 und 17 WTF Okay, ich hab auch meine fünf Sekunden schon erfüllt Ja, roter Frontflügel Dieses Mann Warnung Ich hätte was verursacht, oder? Auf jeden Fall Mein klar Ich bin voll hinten drauf gefahren Ich dachte halt Ich dachte halt Er macht Platz Und dann ist er Er hat einen Frontflügel gesehen Er ist halt nach rechts gefahren Glaube ich Also ich weiß es jetzt nicht 100% Ich hab jetzt auch nicht so krass aufgepasst Also er ist halt irgendwie ausgewichen Dann wieder doch zurückgekommen Auf die Ideallinie Und dann bin ich einfach voll drauf gefahren Aber über die Box ins Ziel Kann ich machen Ich hab nur 31 Sekunden Abstand Hier am Ende nochmal ja richtig gut rausgefahren Fahren wir sogar mit fett ins Ziel Und einen kaputten Frontflügel, Leute So läuft's So, Leute Nice one Yes Der nächste Sieg hier Ich hab ja schon Drei Vier Vier Habe ich auf jeden Fall Glaub ich Vier habe ich schon Kann man gleich mal gucken Ich weiß es gar nicht So Und Zack Ich hab's auch geschafft Platz sieben Platz sieben Habe ich erreicht Ja, ich wollte eigentlich Mindestens Platz drei Dass es jetzt Platz sieben geworden ist Ha Immer in Punkte Naja, aber trotzdem Den Hoffnungsschimmer Immer in Punkte Und so Ja, ich kann schon Also wie ich gefahren bin An sich bin ich schon Auf jeden Fall zufrieden Es ist halt echt Der Schwierigkeitsgrad Ist halt so, ne Weil man halt sagt Den Schwierigkeitsgrad könnte man ja höher drehen Es ist halt aber wirklich so Dass man sagt Es passieren bei uns Immer wieder Unfälle Ob's jetzt ich bin Oder du Das passieren immer wieder Unfälle Und dann kannst du einfach nicht mehr aufholen Wenn du einen Schwierigkeitsgrad höher stellst Also dann wärst du jetzt vielleicht Zehnter Aber mehr nicht Ja So ist es schon Auf jeden Fall Was ziemlich gut ist Und ich bin auf Aserbaidschan Echt gespannt Ich auch Vor allem Ich meine man muss auch nochmal dazu sagen Ich bin halt von Platz 20 gestartet Ja, das ist echt so Das war auch so unglücklich Aber es ist so Ja, es ist halt einfach so viel In diesem Rennen passiert Also Naja Okay Ja Ja Ich bin jetzt Platz 2 Mit 112 Punkten Also 22 Punkte Ich bin von Platz 8 Auf Platz 6 gekommen 22 Punkte hier noch zu Hamilton Auf Platz 6 Vor Force India Tatsächlich Vor beiden Force India Ja Aber noch krass viel Abstand Zu Zu Ricardo Das ist echt heftig Das ist heftig 39 30 Crazy Und In der Konstruktion Sind wir jetzt Mit 6 Punkten Hinter Red Bull Wie gesagt Hättest du jetzt noch ein bisschen Bisschen Ja Glück gehabt Dann Hätten wir die jetzt gerade kriegen können Mercedes Ultrakassen 228 77 Besser als wir Das wird hart Leute Das wird hart Aserbaidschan Aserbaidschan Kommt Es wird nicht leicht Wir sehen uns in der nächsten Folge Haut rein Bis dahin Und ciao Ciao Bis dahin Bis dann Bis zum nächsten Mal.